so willkommen zunächst zurück zu einer neuen folge supermarkt simulator die nudeln sind billiger geworden irgendwie cola und irgendwas ist noch teurer geworden nichts geht über unsere goldenen papier so was haben wir denn noch wir brauchen wir brauchen milch habe ich eier und milch bestellt ne noch nicht kaufen milch alles gut ok wir müssen noch 60 dollar machen aber jetzt mache ich erstmal eine käse party mal kurz alles auffüllen kaffee ich möchte gerne mal einmal von allem was haben mal kurz kaffee 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 wie viel brot habe ich denn gekauft ok lassen wir geste rein aber Ich mach bis da und dann mach ich mir gleich nochmal neu. Jetzt habe ich nochmal schwarz hier, aber das, 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 das. Das. Das, 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 das. Dann erstmal noch was. Zum Kronikverhaltung Rechnung bezahlen. Das war's. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende des Tages aussieht. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Damit ist der Tag beendet. Wir schauen weiter. Auf jeden Fall haben wir wieder plus gemacht. Handzeichen muss billiger. Jetzt müssen wir nochmal schnell gucken, was noch Teufel geworden ist. Ich würde gerne verdienen. Kuchen. Toilettenpapier. Und den Kuchen haben wir auch noch teurer. Okay. Und wir öffnen die Türen. Dann warten wir mal auf den ersten Kunden. Okay. 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 gucken wir gleich noch ein. Mehr. 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 Türenniger nachfüllen ganz schnell. Türenniger nachfüllen. Türenniger nachfüllen. Türenniger nachfüllen. Milch. Warum hab ich den Reiniger denn ganz versteckt? Okay, nicht schlimm. Und wir wollen noch mal dreimal Toiletten, was wir hier haben. Oh, was wollen wir jetzt haben? 180. Kaffee. Okay. 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 Ich bin hier auf�로... Das war's für heute. 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 Das sieht gut aus. Unsere Kunden sind fleißig beim Einkaufen. Das gefällt uns doch. Das war's für heute. Aber die Kunden müssen noch abarbeiten. Das ist ja wie eine Rumpelkamera bei mir. Aber es ist halt so, wenn man keine, noch kein Lager hat. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Schauen wir mal was wir machen können. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Okay. Du bleibst zu. Du bleibst zu. Du bleibst zu. ÄHUH. Entschuldigung. So. Orangensaft. Apfelsaft. noch die andere Cola. Andere Cola, wo haben wir die, dann mal Runden, Schokokrefsbis, Handseife, blaues Mehl, rotes Mehl, rotes Mehl, rotes Mehl, auch schön, Schokokrefsbis haben wir hier schon mal. Und der Tag ist beendet, schön, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.